hey was geht hier ist crunchy und willkommen zu einer neuen folge von resident evil 2 der letzten folge ist natürlich hier stehen geblieben ich würde sagen wir gehen mal weiter wir kommen hoch wo wollen wir hoch wo kommen wir hier hin hier können wir speichern wir kommen irgendwie zurück wir müssen ja versuchen aiders zu retten ja aber das bringt ja gar nichts wir kommen echt zurück oh mein gott wichtig munition jo zurückkehren lohnt sich voll nein wir könnten das boah wir brauchen so ein ding ey also kommen einfach zurück ich hoffe wir finden noch mehr muni jetzt ist viel zu ruhig wir haben hier irgendwas vergessen jetzt haben wir alles mitgenommen aber wo finden wir noch so ein rad dann würde ich sagen wir suchen weiter nach ada weil das ist eigentlich unsere haupt mission oh mein gott wir haben jetzt ein bisschen muni bekommen das ist schon mal sehr geil nice okay wo kommen wir hoch wir kommen hier gar nicht mehr hoch oder wie wir müssen woanders hin ich habe auch nichts hier zum reinmachen oh mein gott wir kommen bestimmt gar nicht mehr hoch weil der ja war ja im klo doch da kommen wir hoch hier brauchen wir ja das ding die kurbel jo ich glaube das war jetzt nicht so schlau darüber zu gehen oder runter zu springen ok hier haben wir gar nichts aber wenn wir zu ada gehen da verfolgt uns der dicke da haben wir auch gar keine chance ok wir haben eine kassette bekommen ja nice scheint kommen wir wieder hoch die frage ist wohin kommen wir hätten wir da wo wir waren was erledigen müssen ok das ist zu der springt doch runter oder ok hier ist verschlossen hier ist auch verschlossen aber der ding steht auf aber der ist glaube ich tanky elektroteile haben wir bekommen das steht drauf ok der zombie ist tot nein der ist nicht tot ich dachte wir machen 17 wir machen 17 hallo oh nimm das ding jetzt ich hoffe das klappt nein ja genau ich dachte der wird zerquetscht oh kritische ok benutzen wir mal das ding ich glaube der kollege steht hier auch aber ich bin mir unsicher wir können da lang und wir können da lang alles zu wir haben ein bisschen muni wir haben wieder ein messer mal auf der karte untere kanal sind wir aber da gibt es keine unterwasser monster oder so ich höre schon was hey überall brauchen wir die dinge ja jetzt werden wir mit sachen wieder zugeballert ja aber hier ist noch was was geht ab was ist das für ein ding wir haben eigentlich keine andere wahl oder wo schwimmt das e e e joh wir haben wieder keine muni eh oh das ding ist hier übel tanky oh gib mir bitte muni eh wenn jetzt noch der dicke kommt wir rein eh wo sind wir hier eine standseilbahn interessant ja interessant aber munition hallo ich glaube ich hätte mich da erkunden sollen ja ja schroti oh mein gott wichtig erstmal nachladen wo ist die denn hin ja ey der wartet noch auf uns was haben wir hier e-mail an das umbrella hq direktor owens im nest jagt ein alarm demnächst ich weiß zwar nicht was hier vor sich geht aber ich höre schüsse und kann meinen bereichsleiter nicht erreichen wir sind gefangen bitte schicken sie schnell möglichst hilfe direkter owens direkter owens die lage ist ernst das nest wurde mit dem virus kontaminiert einfach umfassbar das aus fall sicheres system ist gar nicht angesprungen war das ein aus versehen war das ein außenstehender ich habe keine ahnung wer es sonst sein sollte Kim ist tot ich leide unter schrecklichen Hustenreiz warum antworten sie nicht direkter owens sie waren das von sie waren das von anfang an ja uns hat also das virus verbreitet oh oh bitte kein boss kampf das hört sich gar nicht gut an komm schon äh 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 ja ey der liegt da unten jo wir haben hier das Ding gespeichert lass mal die ganzen Kackräuter weg machen oh die Kassette eine digitale Videokassette vom Leichmann eines Spezialeinheitssoldaten ja wir können das hier benutzen wir rein da immer gespannt bitte bitte aufhören bitte aufhören bitte nein 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 hier drüben du Freak tu ihm nicht weh tu ihm nicht weh ach 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 das Virus ich wette die Ratten verbreiten es ich glaube das ist der Doktor mit dem einen Arm Broschüre der Kanalbaufirma Grußwort des Vorsitzenden vielen Dank für ihre Interesse an den Knight Construction Company im Laufe der letzten 20 Jahre hatten wir die Ehre an der Kanalisation der schönsten Städte unseres Landes arbeiten zu dürfen stets mit der Grundprinzipien der Freude an der Arbeit und des überlegenden industriellen Designs wie bei KCC glaube dass unsere Designs keinesfalls unterirdisch sein müssen nur weil wir unter Tage arbeiten unsere Arbeit ist elegant als eine Dame prächtiger als ein Springer gemütlich wie ein Bauer und ein echter Gewinn für alle Beteiligten ich freue mich darauf sie vor Ort zu treffen CEO des Knight Construction Company Ehemitglied des Welt ja 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 RB Fischer RB Fischer ich will erstmal Sporchen ok Muni von hier kommen wir ja Karte der Kanalisation wichtig komm ich hier raus wir tun die Brücke runter machen ich hoffe das brauchen wir noch wir sind richtig angeschlagen haben wir irgendwie Heilung oder so Warnung wir haben nur die Lila Kräuter aber die Lila Kräuter heilen uns ja nicht nur die grünen auch echt ein Erste-Hilfe-Spray joo wir haben das Werkzeug bekommen ok nice 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 ID am Land für Standseilbahn Zutritt erforderlich ja das haben wir ja gar nicht Lieferschein folgender Artikel wurde an den ihrer Bestellung angegebenen Ort geliefert einmal hitzebeständiger Tresor die Kombination ist mit Preide an der Seite des Tresors vermerkt bitte vor Nutzung des Tresors entfernen so an der Seite ich hoffe das ist schon noch dran also ich bin mal gespannt wir brauchen auf jeden Fall Heilung ich guck mich mal hier um wir kommen hier wieder runter wir kommen wieder in die Kanalisation der steht doch bestimmt auf ja das war klar so liegen bleiben mein Freund hier rein da 2 nach links 12 nach rechts nach links ach so ja 2 nach links 12 nach rechts 8 nach links 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 die Schroti die Millionen Abbild für die Schroti die nehme ich doch gerne an mich die Ammonie wäre geiler aber naja ich meine ich tu noch das eine Kraut da verstauen aber wir können jetzt runter gehen aber wieso brauchen wir runter so hier sind wir ok verstauen verstauen so wir brauchen hier die Dinger da die Dame so hier ich bin mir ziemlich sicher dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander und Dame und der Turm liegen sich gegenüber ok öffnen der Tür zum U-Bahn Bereich ich habe den letzten Ehrentransfer das Ding verloren in dem steht wie man die Tür zum U-Bahn Bereich öffnet ich weiß zwar doch dass man jedes Terminal einen Stecker stecken muss aber sollte hier jemand sich noch daran erinnern welcher wohin gehört so sei es doch bitte lieber teilen so sei es doch bitte so lieb so sei er bitte so lieb und teile sein Wissen auf der Pinnwand wir lesen es ist wieder schwere Geburt wir haben zwei wochen vier Dinger ja eins zwei eins zwei einen haben wir ja hier einer haben wir ja benutzt ok 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 ich nehme mal den einen mit vielleicht brauchen wir den ok dann würde ich sagen gehen wir doch rüber ok dann müssen wir ja hier lang gehen ok wir müssen jetzt so komische Stecker sammeln um die Tür da zu öffnen ja wir müssen runter ah ich hoffe der ist wieder nicht so ein Monster ey und der Dicke lebt ja auch noch oh mein Gott oh bitte stirb boah der hat mich übel erschrocken groß jo Heilung aber Heilung benutzen wir mal nice wie will ich da hin wie will ich da hin oh nein das ist wieder so ein Ding oder jo das ist wieder so ein Ding jo und der kommt hoch was macht der da was macht der da boah bleibt bitte liegen warte wir haben wieder gar keine Muni ok ich benutze mal hier das Ding aber das brauchen wir noch in der Polizeistation das Ding oder ich hoffe wir kommen noch in die Polizeistation weil da können wir auch ein paar Sachen machen können wir nur uns eine Magnum holen ok ich bin mal gespannt bitte gehen Muni ey Schlüssel was ist das für ein Schlüssel untersuchen Analisationsschlüssel ok sonst habe ich hier gar nichts wir können runter gehen oh Gott wir gehen runter was ist das für Dinge was zum Teufel war das aber das kann ich ja wegschmeißen guck mal die Heilung das Ding ist die stehen doch alle auf ey oh mein Gott das wird ja immer schlimmer ich meine wir sind gesund wir können laufen nein steh auf jo das sind halt auch zwei jo ich komm hier vor gut einfach messer ja noch eine granate Das sind einfach zwei Dinger, ey. Ja, wir kommen einfach hierher wieder, was geht ab? Wir müssen da hoch. Wir müssen da irgendwo hoch. Also wenn wir jetzt sterben, dann... Ja, dann sterben wir einfach. Okay, nice, wir sind hier. Okay, wir sind drin, nice. Ich glaube, das war wichtig. Ich höre so eine komische Figur. Ja, das Ding, ey. Aber wir haben keine Muni. Wir haben gar keine Muni wieder. Du kannst ja auch gar keine Zombies kaputt schlagen. Kombinieren. Machen wir den König. Hier ist der König. Jetzt haben wir uns eingesperrt. Oh, mein Gott, eine Waffe. Jo, gib mir die Waffe. Jo, wer denkt sich sowas aus? Wir kommen gar nicht vorbei, oder? Hier brauchen wir den König. Ja, okay, wir können zurück. Okay, okay, okay. Boah, das heißt, wir müssen alles nochmal zurücklaufen. Perfekt. Aber ich glaube, wir sterben dann. Ja, kack auf die Dinger, da. Auch noch, noch, noch. Oh, no. Oh, no, 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 no. Wir haben ja... Genau, es ist nicht wieder safe. Okay, gehen wir dann... ...rüber. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hoch und dann schauen wir mal. Hier kommen wir gar nicht gut. Ja, und hier kommen wir gar nicht drüber. Perfekt. Oh, no. Ich glaube, wir sind in der Falle. Ja, runter kommen wir gar nicht. Ja, wir können nur noch zurückgehen. Okay, das Ding haben wir noch. Okay, wohin gehen wir mal, wohin gehen wir mal. Gehen wir hier durch. Okay, nice. Da können wir drüber herstellen. Ich bin tot. Aaii. Wollte ich irgendwie weg? Okay, nice. Viele kommen gar nicht mehr hoch. Mir wäre Muni wichtig. Wir kommen hier hoch. Der Kollege steht doch bestimmt drauf. Jo, größere Tasche. No worries. So, wie hier. Film. Hier haben wir eine Drehbank. Guck Muni. Erstmal nachladen. Was? Fogge weg. Oh, Schlüssel haben wir bekommen. Oh, wo können wir eigentlich saven? Wir können gar nicht saven. Ja, hier, der Schlüssel. Schießpulver. Schrot hier, wichtig. Munition, wichtig. Aber ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Schaut rein. Ciao. Euer Krant. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, hier. Tout eligible. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 K달bariskaعدerson. Ja, hier. Von Elliot.